Aber ich bin immer noch der Meinung, bestimmte Dinge sind in der Vergangenheit passiert, die wir hier sehen. Das Lustige kommt auch erst noch. Ich stehe hier vor größeren Herausforderungen als nur der Reparatur eines alten Schuppens. Irgendetwas wirklich seltsames geht hier vor sich. Es hat jemand eine unserer Sicherung gestohlen und sie in einen Tierkadaver versteckt. Zu allen Übel habe ich auch noch einen Anruf von meinem Chef erhalten, der darauf drängt, dass ich endlich die sowjetischen Telegramme entschlüssele. Wir schwören so viele Dinge im Kopf herum, dass ich das Gefühl habe, langsam verrückt zu werden. Und dass du nur das Gefühl hast, ich weiß es, dass ich es bin. Ich denke immer häufiger, dass alles mit dem Memoiren von Nikolas zusammenhängt, kann aber noch nicht erkennen, auf welche Weise. Ich auch noch nicht. So, da wir es ja jetzt hier ein bisschen entspannter wieder haben. Ich nehme mal kurz den Bein, eine Kleinigkeit. Was? Wie in der Hölle? Keys in eine Diary von über ein Jahrzehnt. Fucking hell, aber... Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie, aber es funktioniert. Vielleicht, wenn ich die anderen Pächer aus der Diary... Wenn die Telegramme immer wieder werden, werde ich alle Chance nehmen. Wir haben auf der Seite des Tagebos Dinge gefunden. Im Moment, wenn wir unseren Code entschließen konnten... Das macht echt wenig Sinn. Außer natürlich, die Sowjets nutzen den gleichen Code, aber warum? Ich meine, das sind nur Teile aus dem Tagebuch. Auf der anderen Seite ist das manchmal das Verrückteste, wenn man einfach so irgendwo drüber rattert. Vielleicht hat sich jemand anderes dieses Tagebuch gelesen und dadurch den Code erschaffen. Und die Sowjets... ...haben die sich diesen Code einfach genommen. Aus vertrauenswürdigen Quellen, ja. Also klingt echt nach einem Maulwurf. Ich glaube, dass wir aufgehört haben mit Rauchen. So, den Spaß kennen wir. Ich probiere mal um, ob wir irgendwelche neuen Türen hier... ...haben wir noch alles zu, leider. Auch noch zu. Und nach draußen kommen wir immer. Und in den Keller kommen wir immer. Obwohl... Ich glaube, die Tür ist zu, ne? Ja. Ja. Warum möchte ich... Ich glaube, die Türmüt P- und Türmüt S- Not to mention, highly trained seducers lurking around our ambassadors. Ja. Ungewöhnlich. Fuck, they must have tapped my line. How in the world did they track me down so quickly in this shithole? Fuck me. Maybe they did get Harold after all. Thankfully I can check where they're tracking me from. If I'm not wrong, the detector should be in the office. Also, fangen sie diesem Bereich hier ab? Was they if I can't run away from this. I can't have enough sh** that's so. Was man? Was man. Was man. Was man was. 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 Jesus. Are you trying to kill me again? I don't want to sound hysterical, but I saw someone. What are you talking about? Someone's here. In front of the house. But maybe it's someone from the office. You know. About work. David would tell me. Scheiße, jetzt ist alles so klar. Du glaubst nicht das? Ich glaube. Sie wollen uns holen, damit nichts würde mich überraschen. Ein paar Tage, jemand war hier auch. Ich habe eine Glimpse von ihm hinter den Trennen. Und du glaubst nicht, dass es mir wert ist? Es wäre wohl meine Erinnerung. Ich wollte nicht... ...spanisch. Wir haben genug zu beschäftigen, wie es ist. Fuck, Emma! Ich arbeite nicht in einer Bäckerei, ich arbeite für fucking Spie. Es ist nicht so, dass wir einfach zu einem Mountaincabin gehen können und sicher sein können. Bleib in das Haus, lock die Tür und Tür. Ich nehme das. Ich könnte den Lokalizer benutzen und sehen, ob ich etwas nahe finden kann. Sie müsste aber eigentlich wissen müssen. Sie ist mit uns verheiratet, kriegt ein Kind von uns. Sie sollte uns kennen. So, wären es auch alle verschlossen? Ich hoffe doch. Ich hatte nur keine Lust mehr, weil das nicht der Horror war, den ich gesucht hatte. Naja, okay. Ja, das ist immer so, wie gesagt, ich bin eigentlich auch keiner. Dieses Jumpscare-Gedön, wenn dieser komische Geist auftaucht, ist eigentlich auch absolut nicht mein. Das ist nicht der Horror, den ich wiederum mag. Atmosphärisch oder sowas, ja, absolut geil. Ist so ein Spiel echt nicht schlecht. Aber das war halt, weswegen ich es mal wie Outlast nur angezockt hatte und nachdem aber da eigentlich Outlast nur angefangen hat, irgendwelche dummen Jumpscares zu bringen. Das ist halt, das ist auch nicht der Horror, nach dem ich suche. So. Gut, jetzt darf ich das... Okay. Ähm. Irgendwo in diese Richtung. Ich hätte eher gedacht, Hintereingang. Ernsthaft Abhörgeräte in eine alte Hütte reinzubauen, ist auch so eine andere Sache. Macht man sowas. Wobei, wir haben den offiziellen Antrag gestellt, dass Leute unsere Sachen von Boston hierher transportieren sollten. Die wussten die Adresse, wohin das transportiert wurde. Und sie wussten, wer diesen Auftrag gestellt hat. Also ich. Also da natürlich dann vorzugehen oder, dass einer dieser Möbelpacker hier schon etwas installiert hat. Hm. Oh, also doch hier, irgendwie. Guter Blick zum Haus. Ja? Du四, spielen natürlich alles für meineuller. Oh, das gibt's noch nicht den�� See. Nein, das gibt's. ... The device has detected a signal just need to track the source Südl Das war ja für dich nicht so schwer herauszufinden. Aber gut, was macht man mit der Information? Es ist in der höchsten Bestätigung, dass halt wirklich jemand in unserem Haus war. Aber das war's dann halt auch schon. Der Signal ist sehr klar. A Quantum Cloud sollte genau hier sein. Es sieht sehr alt aus. Ich weiß, wer hier spielt. Das Ding. Was meinst du denn? Das war eigentlich ganz cool. Zwei massive Bäume. Genug Platz, wo man hier wieder rumschwingen könnte. Gut, wenn das natürlich passiert, wenn du gerade irgendwo da oben bist, ist es doof. Dann heißt er. Und wir wollten hier weiter. Ja. Wir sind hier drüber geklettert. Das ist auch ne Notiz. Was? Du kannst dich nie verstecken. Ja. 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 Ich bin hier drüber. Ja, wie ist das? Ja. Also nicht mal hier drüber. Wie? Zum Henker kommt man bitteschön da hoch. Ja, wir müssen definitiv da hoch. Na dann, na dann, na dann. Wir hätten natürlich einfach nur den Fuß da drauf stehen, da drauf und dann wären wir auch hochgekommen, aber das ist zu einfach. In so einem fucking Wald gibt es natürlich auch genug Möglichkeiten, sich irgendwo unbemerkt zu verstecken. Also da bräuchtest du eher eine Farm mit so riesigen Weideflächen, wo du Kilometer weit sehen kannst. Wo das eher auffällt, wenn da irgendwo jemand rumgeistert. Das ist so ein Wald. Irgendwo da hinten hat man noch eine Radarstation, oder? Da ist er. Und wo die Brücke sind wir? Also müsste da hinten ja irgendwo dieses alte Anwesen sein, diese alte Herberge. Ja, ich weiß ja auch, wo die ist. Was zum Henker ist denn hier eigentlich umgefallen? Wie ist denn diese Auswehr ist umgefallen? Da müssen wir wahrscheinlich schon später weiter, oder von da kommen wir dann? Keine Ahnung. Oh. Hallo? Ähm. Ich hänge fest. Jetzt ja. Ich hab' erst nicht gedacht, eigentlich hoch zu gehen. Einfach Pixeln festgehalten. Auch schön. Das sieht angespitzt aus, oder? Also ich weiß nicht, ob das aus Versehen da rumliegt, oder ob das mit Absicht gemacht wurde. Also dann, auf zum Baumhaus. Ja, da kommen wir nicht lang, also erstmal hier lang. Dann ist nix weiter. Das Ding, ob das Ding überhaupt noch hält, alles? Ja, ne. Nicht der Pixel. Ich glaub' der Pixel ist nicht bei uns hier. Aber den hab' ich auch schon lange nichts mehr gehört. Da muss aber auch nix weiter. Ähm. Oh. Okay. So, hier rein. Ja, der Typ hat doch definitiv geschlafen. Wieso ist da ein Pferd? Hat er davon getrunken? Okay, hier ist ne Luke. Wovor spinnt denn die Kette? Okay. Natürlich wusste er wann und wohin. Traudesheim Glück allein. 22. August 1979. Was erwartest du denn? Ich hab' das ja ganz offiziell gemacht. War klar, dass er das wusste. Wie gesagt, ich denke, dieser Auftrag, dass die, diese Umzugsfirma. Definitiv. Was bist du denn? Okay. Ich glaube, er weiß jetzt schon, dass wir hier sind. Das ist doch auch so ein Piepding, oder? Natürlich kann ich mir blind links irgendwo los. Aber auf der anderen Seite hat er ja recht. Diesen Mistkerl müssen wir irgendwie aufhalten. Sack. Wie langsam bin ich denn? Das hast du lange an einem Schreibtisch, Robby, hä? Ich hätte ja öfters mal Fitness machen sollen. Bist du denn, danke. Alles klar. Gehst du da jetzt da rein? Diese Kackmine klang auf jeden Fall nach einer Tür. Also gehe ich davon aus, dass du in diese Mine da rein bist. Warum auch immer. What the hell? Was müssen wir hier gerade machen? Was haben wir gemacht? Ah, wir haben das hier zerstört. Wir gehen ernsthaft in der fucking Mine. Und wir können auch hier eine Verstärkung rufen, weil offensichtlich gibt es ja Spione bei uns. Also können wir David nicht anrufen, um ihm irgendwie Bescheid zu geben. Sind wir wieder mal auf uns selber hier gestellt. Wir wissen, dass irgendein so ein Idiot auf jeden Fall bei uns war. Und die Information weitergegeben hat. Und sie hören uns ab. Also sie wissen ja, dass ich es herausgefunden habe. Also entweder hat er es von draußen gesehen, oder sie haben im Haus wirklich irgendwo Wanzen versteckt. Wieso der Code allerdings funktionierte, ist ein Bild zu viel des Zufalls. Und wir gehen einfach in irgendeine verkackte Mine rein. Was der Typ bewaffnet sein könnte? Mhm. Deine Knarre hat Zimmer Marsch. Wo bist du? Aber er rennt immer noch weg. Er hätte uns dort so einfach auslöschen können. Warum eigentlich? Warum hat er das nicht getan? Natürlich immer einen guten Vorsprung, die Sau. Oh, guck mal. Wir haben keine Streichhützer mit. Aber einen Bauhelm. Würde ich ja klapp mal aufsetzen. Sicherheit und so. Ich kann ihn nicht einfach so mal ausprobieren. Mal ganz kurz dahin laufen, damit wir wissen, dass wir dort nicht weiterkommen. Weiß ich nicht, ob ich das zögern muss. Ich kann nicht da kommen. Welcher Weg jetzt? Viele Wege führen nach oben. Hoffen wir, dass es hier auch so ist. Irgendwas hier hinten? Nein. Voila. Es hätte ja sein können, dass hier irgendwo noch Notizen rumliegen. Auch wenn das wieder komisch wäre. Wieso ist halt... Warum das so sein sollte? Du Sau. Klar. Warum sind wir denn so langsam? Kann ich nicht schneller schwimmen? Gut, dass ich so was nicht machen muss, weil meine Luft wäre, glaube ich, jetzt schon weg gewesen. Ich habe wahrscheinlich viel zu viel Panik hier bekommen. Ich habe ansatzweise genug Luft gehabt. Obala. Entschuldigung. Das ist auf jeden Fall die Mine, glaube ich. Und hier soll ja sowieso was explodiert sein. Und natürlich durch den Regen, Grundwasser, was nicht ganz abgeflossen ist, ist hier einiges an Wasser gesammelt. Aber gut, ich glaube, das Holz wurde auf jeden Fall verwendet, hat einiges anscheinend noch gut gehalten. Die Klamotten sehen ein bisschen zu neu aus. Also wenn das jetzt wirklich seit... Weil Synthelik-Fasern wurde damals nicht so viel benutzt. Also die hätten eigentlich schon schimmelig oder sonst irgendwie. Gerade bei der Feuchtigkeit hier. Wenn die Zahnräder sind, ist hier gerostig alles, das ist normal. Wenn wir auf Hubenhelme fackeln. Wenn wir mal das Hinweis sehen. Deswegen erstmal in die andere Richtung gucken. Hm. Gut, wenn er jetzt davon ausgeht, dass er uns gerade losgeworden ist, dann wird er wahrscheinlich jetzt auch ihren Weg nach draußen finden. Er ist ziemlich zielgerichtet hierhin. Also vielleicht kennt er sich ja zwar halbwegs aus. Oder er wird erstmal ruhiger laufen, weil er denkt, er ist uns losgeworden. Oder er geht zurück zum Haus. Weil jetzt hat er ja theoretisch mich erledigt. Also muss er ja noch sie erledigen. Oh, wir sind hier. Okay. Auch passend, dass wir hier auch sehr nie runterfallen. Lärm bei der Höhe. Ich weiß, ob er sich hinter uns auftaucht, die Sau. Was zum Henker. Das sieht doch schon wieder sehr nahe irgendwelchen. Und wer da lässt grüßen. Wer baut denn sowas? Was zum Henker. Was. 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 Vielen Dank.